Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben Der Podcast von und mit Holger Nentwick Das heutige Thema, beteilige das Finanzamt an den Studienkosten deiner Kinder Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich in meiner täglichen Praxis Mandanten neu kennenlerne und ich frage, was haben sie so bisher verdient, was für einen Beruf machen sie, was haben sie bisher beim Finanzamt an Gewinn, an Einkommen im Prinzip gemeldet, wie viele Steuern zahlen sie und gucke mir auch die Steuererklärung an und sehe dann in der Regel sehr, sehr oft, oh, da sind ja bestimmte Sachen gar nicht ausgenutzt worden Da ist beispielsweise eine Immobilie, die ist fast schuldenfrei, es sind kaum noch Schulden drauf und die Mieteinnahmen, die werden voll versteuert Beispiele hatte jetzt einer 15.000 Euro Mieteinnahmen aus einer schuldenfreien Immobilie aus einer Fremdvermietungsimmobilie Ein sehr, sehr gut verdienender Mandant mit so einer Frau, die auch in Lohnbrot stand, also sie hat ein richtig gutes Geld Und die 15.000 bedeutete, dass die 7.500 Euro darauf Steuern zahlen müssen Auf der anderen Seite, ich frage immer die Familiensituation ab, habe ich sofort gesehen und gesagt bekommen Ja, ja, wir haben ja auch zwei Kinder und so weiter Das eine hat jetzt gerade angefangen zu studieren Und ich sage, wie machen sie denn das? Wie zahlen sie denn das, was an Studiengebühren zu bezahlen ist? Ja, es ist so ein Tausender im Monat und so weiter Der Sohnemann ist auswärts untergebracht Also nicht in der Stadt, wo die Eltern leben Und da ist so ein bisschen Studiengebühr zu bezahlen Da kommen 1.000 Euro mehr locker monatlich zustande Wenn ich das höre Ich bin unternehmerisch denken Ich denke da schon, geldorientiert Da denke ich, hoppla, da fehlt doch eine Sache Warum hat der Steuerberater hier keinen Tipp gegeben? Aber den Tipp möchte ich dir gerade gerne geben Was kann man da machen? Das mache ich aber nicht als Steuerberater Wie das Ganze steuerlich geht Das erfragst du bitte nachher genau deinen Steuerberater Da muss auch nachher ein Notar mit reingenommen werden ins Boot Aber das Wichtige ist In meiner Finanzpraxis, in meiner Tagespraxis als Finanzspezialist gehe ich natürlich hin Mein Ziel ist es immer, Finanzen zu optimieren Und zu gucken, dass möglichst viel, viel Geld bei meinem Mandanten selbst verbleibt Und nicht zum Finanzamt abwandert Oder auf irgendeine andere Art und Weise verschwindet Was kann man denn da machen? Aufgabenstellung, Kinder studieren Papa hat eine Immobilie Man kann beispielsweise die Steuersituation eines Kindes ausnutzen Ein Student hat ja kein Einkommen Der hat einen sogenannten Freibetrag Eine sogenannte Nullzone Das heißt, wenn Kinder das erste Geld verdienen Dann können sie im Prinzip bis zum versteuernden Einkommen von 9.000 Euro steuerfrei Geld verdienen Und das ist doch schon die Öffnung für oder die Lösung für die Aufgabenstellung Ich muss also gucken, wenn ich als Elternteil viel, viel Geld verdiene Das richtig teuer versteuern muss Dass das Finanzamt als stiller Teil aber mir sehr, sehr viel Geld wegnimmt davon In dem Beispiel von 15.000 waren dann 7.500 Euro Dann zum Finanzamt rüber Wie kann ich es schaffen, das Ganze zu optimieren? Hier gibt es den, das Stichwort nennt sich Zuwendungsnießbrauch Ich kann als Elternteil für die Studiendauer, beispielsweise 5 Jahre lang Die Mieteinnahmen, die ich als Eltern von meinem Objekt versteuern muss Auf das Kind übertragen, in Anführungsstrichen Das Kind hat auf einmal 15.000 Euro Einnahmen Und das Ganze ist, hallo, steuerfrei Das heißt, das Kind hat monatlich über mehr als 1.000 Euro netto zur Verfügung Die Eltern hätten das eh bezahlt als Studienhilfe Jetzt machen sie aber eins, sie schichten vorhandenes Einkommen Durch eine vermietete Immobilie Das die Eltern versteuern müssen Wird zu den Kindern rüber Entschuldigung, zu dem einen Sohn jetzt in dem Beispiel rüber geschoben Und das heißt, der Sohn hat das Geld netto Und die Eltern haben auf einmal die Mieteinnahmen nicht mehr zu versteuern Das heißt, die Eltern haben 7.500 Euro mehr in der Tasche Auf diese Art und Weise, Zauber die Zauber Haben die Eltern quasi, in Anführungsstrichen Das Finanzamt an den Ausbildungskosten des Sohnemannes beteiligt So, jetzt denkt man, oh Koll Ich renne jetzt zum Steuerberater, mach das Ganze Huppi, Huppi Achtung, es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaille Erstens, wie schon gesagt, du musst es mit deinem Steuerberater besprechen Dass ihr euch das Ganze anschaut Die Thematik ist natürlich, das Kind muss volljährig sein Bei Minderjährigen muss das Familiengericht einschalten Kann man auch machen, aber es ist ein bisschen komplizierter Du merkst, hier ist immer eine vorweggehende Beratung dann auch Mit dem Steuerberater, der natürlich steuerlich die Situation sehr, sehr, sehr gut kennt Ich setze mich dann auch zum Teil mit an den Tisch mit dem mandanten Steuerberater zusammen Weil das ist die Baustelle des Steuerberaters Ich bin dann nur schon mal Ideenbringer Und sage, wie man das nachher auch produktmäßig noch optimieren kann Aber das ist natürlich eine Aufgabenbestellung vom Steuerberater Hier ein Konzept zu bringen, auch gegenzurechnen Wie viel Miete soll rübergehen Und auch ganz klar zu schauen, macht es Sinn Die Mietannahmen rüberzugeben Weil in der Zeit, wo die Mietannahmen rübergehen Kann keine Abschraubung geltend gemacht werden Das heißt gerade Und keine Werbungskosten geltend gemacht werden Weil das kann nur das Kind Das heißt also, wenn viel Fremdfinanzierung drauf ist Auf eine Immobile, muss man sich überlegen, ob das sinnvoll ist Und auch so Sachen Ob Kindergeld dann weiter gezahlt werden kann Ob eigene Einkünfte über ein Kind vorliegen Und dann auch die Krankenversicherung Vielleicht dann nicht in der Familie weiter gemacht werden muss Sondern, dass sich das Kind selbst nicht Krankenversichern muss Also das ist die andere Seite Eine Medaille, ganz, ganz wichtig Das muss beachtet werden Aber da ist ein versierter Steuerberater drin In so einer Thematik Und die rechnen das aus Und sagen dem Mandanten Pass auf, du kannst das machen Vor Nachteil Wenn ja, mach es Und dann muss das Ganze natürlich notariell abgewickelt werden Denn da geht es um eine Grundbuchberührung Ein Zweckvermachstnis muss ins Grundbuch eingetragen werden Das kann nicht einfach so auf einem weißen Blatt Papier gestaltet werden Das heißt, da sind natürlich auch Notarkosten, die anfallen Etc Also die andere Seite Die Medaille muss immer gegen betrachtet und gegen gerechnet werden Aber ich hoffe, dass ich dir hier einen kleinen Tipp gegeben habe Hast du Kinder, die studieren Und hast hohes zu versteuernden Einkommen Kannst du überlegen, wie du Geld auf die Kinder rüberbringst So dass die Kinder dieses Geld kaum oder gar nicht versteuern müssen Da gibt es auch den einen oder anderen Trick Den ich da mit Mandanten auch schon mal anspreche Ja, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen Für eine positive Rückmeldung Auch Anregungen, die du hast Und wenn du da mal Beratungsbedarf hast Sprich deinen Steuerberater an Du kannst aber auch gerne auf mich zukommen Ich mache das immer so, dass ich ein erstes kostenfreies Telefonat Durch das mache, um deine persönliche Situation kurz zu besprechen Und dann schauen wir, ob ich der Richtige bin Ob ich dir helfen kann Sollte dir der Podcast gefallen haben, würde ich mich freuen Wenn du ihnen deinen Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen auch weiter empfiehlst Denn nicht jeder hat die Möglichkeit Solches Wissen Oder weiß, dass es solches Wissen gibt Auch for free dieses Wissen gibt Und Anregungen gibt Und damit kannst du deinen Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen auch etwas Gutes tun Damit auch die diese Transparenz bekommen Und auch ihre eigenen Finanzen anders hinterfragen können Besser noch aufstellen können Überhaupt mal aufstellen können In dem Sinne, alles Gute Dein Holger Und lass dich nicht abzocken Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020